Der morgendliche Schiss Die greift sogar an Was für eine Futter Ich habe die erst gar nicht gesehen Die kam hinter mir runter So ich begebe mich dann wieder zum Berg Zum Berg Nach Eckbären Kommt man hier hoch Uh, XP Na Creeper, kommst du? Ja Na komm Oh, der ist geflogen Oh, guck mal Ich habe die Wurst gefunden Aber ich habe Du olle Futter Stirb Aber ich bin vergiftet Ich habe Schwarzpulver gerade eingesammelt Vom Creeper Vom Creeper Ich habe der Schlampe Redstone abgenommen Der Bitch? Ja Cool Creeper, komm her Boom So Tot ist er Wir brauchen unbedingt einen Sattel Was? Satten? Satten Wir brauchen unbedingt einen Sattel Ich will ein Pferd haben Tja Das Problem ist, ne? Die Scheißdinger findest du nur in Dungeons Hä? Die Scheißdinger findest du nur bei Spawnern Ja Aber wäre natürlich geil, wenn man zwei Sattel hätte, ne? Hm Das wäre natürlich auch mal ein Grund, einen Pferdestall zu bauen Könnte man ja schon machen Damit, wenn man dann später die Möglichkeit hat, sich ein Pferd zu besorgen Dann hat man schon mal einen Stall Oder? Jo Hm Hm Nice Was? Haben Abgang gemacht Ich habe hier gerade gewundert Hä? Der war doch da gerade noch? Was ist denn jetzt schon wieder? Hast du nicht geguckt, bist du in 100 Loch reingelatscht, oder? Hm Kann sein Also ja Wenn du sagst, kann sein, dann stimmt das meistens immer Ja, kann sein Ähm, können wir uns dich ums Feld Ansehen? Danke Oh Gott, ich habe viel zu viel Scheiß immer im Winter Ich glaube, ich bringe dich mal um, dann ist alles leer So, Dörte muss da weg Dörte? Die Dörte haue ich raus Die sind immer voll stoned Denn die Dörte röhrte Aha So flach, dass sogar eine Kiesgrube höher, ne? Jo, muss ich nicht mehr die Füße heben Rotstein Ähm Oh, ich habe Wirklich viel zu viel Mist da drin Hm Muss ich mal ausmisten Oh, jetzt bin ich mal runtergefallen Ähm Glas Hau ich mir hier mit rein Flintstone Flintstones Ja Ja Der Flint ist dumm, ne? Ja, voll So So, ich räume jetzt hier erstmal die Bäume weg, Alter Ich habe wieder zwei Eier mit mir rumgetragen Äh, äh Der sollte gar nicht so ankommen Äh, äh So kam er aber gerade rüber Äh, äh Der war aber schon wieder so klare, Alter Es geht gar nicht Äh Äh War so klar, dass du wieder gleich anziehst Äh, äh 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 Äh, Spaß muss sein Oder? Äh, äh Ein bisschen Spaß muss sein Da guckt die Elsa nicht mehr so komisch rein Hier Äh, ne Ich muss ja innen rumlaufen Durchs Lager Hä, wieso? Achso, äh Um oben auf die Dings zu kommen Durch die Karl Lagerfeld Ha? Um aufs Feld zu kommen Na, durchs Lager Ha, Lagerfeld Äh, äh Das passt aber echt Ja Super Hehe Durch den Karl Lager aufs Feld Ne? Ne? So Wie komm ich zu eurem Gemüse? Guckst du Karl? Geh durch Schlager, dann fällt Hehehe Nein! Ich hab ein Feld kaputt gemacht Ey, alter, guckst du Guckst du auf Karl? Gehst du ins Lager Und dann aufs Feld Hehehe Hehehe Wer ist Karl? Na, na, na Na, na, na Na, na, na Verdammt Wieder ein Feld kaputt gemacht Uah Depp Ne Feldhackelig glaube ich Vorne im Karl Lagerfeld Auf, äh In der einen Kiste Vorne rechts Äh, links Vorne links Ja Vorne links an der C-Spitze Mh, ach Das ist schon kaputt Da kann ich mich hier rauffallen lassen Hä? Ja, die Sache soll die Ich mache Ich muss mir jedes Mal Wenn ich das, ähm Feld neu anernte 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 Ja, aber Absehen, ne? Genau Äh, abpflanzen Ey, ich glaub du hast schon wieder zu viel Energy gesoffen oder so Ja Ne, wenn ich das Feld abpflanze und anernte Ja Ne, wenn ich die Dinger anpflanze, muss ich jedes Mal so ne scheiß Hacke mitnehmen Ja Weil ich muss mich hier runterfallen lassen Und da geht immer irgendwas kaputt So Feld ist am Start Bei die Lager Kannst ja auch wegen helfen mit Weil, vom Prinzip her ist fast angepasst Potato Ne Potato Ne Potato Ne Bucket Potato Ey, ich hab jetzt mein Futter weggeworfen Wär echt so blöd und hab mein Meine Kartoffeln, die ich zum Essen brauch, in die Kisten gepackt Hahahaha Ab geht er, der Peter Ach ne, da geht's ja nicht lang Nyaum Muuuuh Muuuuh Bum Boah Ich konnte meine Maus jetzt grad überhaupt nicht bewegen Aha Also eine Ebene muss dann noch runter und dann Ja Muuuuh Muuuh Was, eine? Ja Für mich sind da zwei Ah, zwei, ja Entschuldigung, hast recht Muuuuh 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 äh Du musst ja auf zwei Ebenen einen runter holen Ohja Muuuuh Muuuuh Halt die Fresse, Junge Muuuuh 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 Meiner ist auch fast fräckt. Verreckt. Verreckt. Meine nicht, wenn die Schaufel fräckt. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Ich muss warte, wieso vergesse ich die ganze Zeit die Musik? 25 Minuten aufgenommen, wir musik vergessen. Kannst du auch noch einfügen, dann später. Glaubst du, dass ich darauf Bock habe? Ja, wenn du dich schon so äußerst, relativ, ne? Dann nirgends ohne. Ja, die 25 Minuten ohne halten sie auch schon aus. Ich meine, wir haben ja gerade ein bisschen gesungen. Richtig. Dam, dam. Dam, dam. Oh, ein Appel. Ein Appel. Und ein Ei. Und ein Ei. Ne, ein Ei habe ich leider nicht. Ich habe ein 2. Oh, du bist eine Frau, hast kein Ei. Oh. Da unten rennt eine Spinni umher. Eine Spinni? Mhm. Die spinnt doch, oder? Ja. So, jetzt baue ich mir noch eine Schaufel. Ich baue mir noch einen. Oh, oh, oh. Oh, Mann. So, eine Schaufel. Genau. Wollen wir nicht schlafen gehen? Ne, ist mir ein Glägold. Gott. Wirk. Oh, hier ist ein golden Zombie. Der hat ganz schön viel ausgehalten. Boah, ihr seid doch abgefuckte Viecher. Komm her, du. So. Schaufehl. Schaufehl? Schaufehl. Achso, F-A-I-L. Was? F-A-I-L? Hm? Fehl? Fehl. Schaufehl. Oh, Mann. Schaufehl. So. Guck mal, das ist ein Skelett. Ein Skeletter. Ein Skeletter. Und tschüss. Und tschüss. Jetzt ist er echt tot. Skeletter. Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Scheiß-Zombie an. Verpiss dich. Tu dich auch. Oh, der hat goldene Schuhe fallen gehen lassen. Cool. Schau, 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 schau. Sieht das nicht schön aus? Guck mich an. Hey, pass auf, rechts. Skeletter. Oh, der hat einen verzauberten Bogen. Hm, ja, ich hab grad gesehen. Aua. 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 Lass den doch fallen, du Spacken. Das sind übelste PGs, ne? Echt so? Das hab ich in irgendeiner der letzten Aufnahmen auch gemerkt, als sie im Wasser war. Ich komm da nicht ran. Ja. Das hab ich mit Max Asche gehabt. Oh, da ist eine Spinne. Aha. Ich hab mich auch noch nicht gesehen. Guck mal, wie schön ich aussehe. Dann rennt man in. Hä? Ach so. Guck dir mal selber an. Ich weiß. Sieht aus, als ob du zwei Kanickel rohnen im Kopf hast. Yeah. Alter, hier los. Enderman, da unten eine Spinne. Komm, ich zeig dir den echten Hasen. Zombie.